das ist schlecht das passt ja das solltest du eigentlich vor oder oh nicht schlecht Spaghetti 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 joa das war's Kill ja wie oft darf ich noch scheinlich nur oft scheinlich noch oft genug bäh du triffst das Loch nicht du triffst das Loch nicht du triffst das Loch nicht Jörg das ist Schlüssel du musst das Rätsel lösen wie kommst du da durch okay okay dann ja so gar nicht so schnell was warum bin ich letzter du bist nicht mehr letzter ich bin letzter ach so okay ich wollt grad sagen löst mein Rätsel und haut mich da bloß nicht weg ich sitz da grad so gut ich hab mich da ... jah was du 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 Das war alles absolut so um die Hortung seiner Stuhreise zerstört. Keanu, er hält mit dir zum Sieg! Sehr schön gemacht, oh man. Jetzt ist das was? Ja, ich weiß genau, was ich gesagt habe. Okay, das hätte ich nicht erwartet jetzt. Ja! Ja! Und es hat ihr rein gar nichts gebracht, sehr schön. Sehr schön. Ja! Einfach wegschubsen! Ja, hier rum oder was? Was war das? Ah, gleich zurück zum Anfang. Das war gerade Watze, der Wieterweg. Ja, verrecke! Arsch! Das ist schade. Wunderschön ausgeschüttet. Boah, was das war jetzt? Schöne Porter. Woah! Das ist mal keine Fake-Wars. Oh man! Ja! Boah! Danke! Ich bin so sozial euch zu helfen, ey! Agner hat seinen sozialen Tag. Die auch noch frech werden! Ja, danke! Ich will jetzt jetzt hören, was ich gerade erhalten habe. Hä? Oh mein Gott! Lukas! Wir hassen dich! Wir hassen dich! Wer nicht! Hä? So, ich weiß schon genau, was ich mache. Ja, Björk! Ja, danke! Ich fass mal zu, jetzt liege ich auch da vorne dabei! Ein flotter Dreier, wa? Auf jeden Fall! Watze wird ausgeschlossen, der Ockner der Eckhund weint! Juhu! Was ist das hier?! Gruppenfascheln! Oh nein, ich weiß ganz genau, was jetzt passiert! Ja! Was war das?! Das war High-Spiel reinrutschen! Was ist das?! Was zur Hölle, eiser! Was zur Hölle, eiser! What the fucking heck?! Jetzt kommt Agner, ich will euch wieder kauf uns! Nein! Sehr schön! Ich liege genau auf den Telefon, der Punkt! Mal gucken, was mit mir jetzt passiert! Juhu! Ihr habt euch vereinigt! Ah nein, wir sind eins! Ja! Ja, das stimmt echt! Ihr seid zusammengewachsen irgendwie! Nach all dieser Zeit! Nach dieser gemeinsamen Letzt-Player-Zeit! Da wächst man irgendwie zusammen! Juhu! Dankeschön! Ja, war zwangsgemäß! Jetzt wachsen ich mit mir auch zusammen! Ja! Ja! Du gehst mir gleich auch an die Popperze! Jo! Hilf mir! Okay! Wie soll das, wenn der jetzt vorbeikommt? Wie soll das, wenn der jetzt vorbeikommt? Das stimmt! Oh Gott! Hilf mir da! Okay! Du wolltest nicht alles! Ja! So! Boah! Boah! Ah, ne! Das war zu weit! Das war zu vieles gut! Das war zu vieles gut! Bei mir auch! Bäh! Ey, noch weniger und ich bewege mich gar nicht! Ganz konzentriert! Ja, aber danke! Das ist wie ein Gramm nicht weg! Das gibt nur noch! Ich höre ein Telefon auf Doom! Wie der Sniper! Nein, das gibt es jetzt nicht! Hä? Ganz knapper Skillshot! Ja! Ja! Was? Wie hast du das gemacht? Das war ein Skillshot auf einen Millimeter! Das sind Pixel hier! Das war ein halber Pixel! Das war auf einen Millipixel! Das war ein halber Pixel! Das war auf einen Millipixel! Weniger als ein halber Pixel! Ja! Das war ein Loch! Oh oh! Na ja! Ja! Jawoll! Also wenn man meinen, dass ich die in Position ist, kannst du dich da einfach durchschießen! Ja, das stimmt! Danke, Jörg! Bitteschön! Und ich muss euch auch sagen, ihr habt euch geholfen! Ihr habt mich da auch durchgedrückt! Oh Gott! Das war jetzt allerdings ziemlich übel! Na egal! Oh oh! Ich weiß, wer jetzt auch einen Skillshot macht! Ja! Mein Skill ist Low! Was war das für ein Skillshot? Es ist noch Level 1! Es ist noch Level 1! Verdammt! Da weißt du den BOW-Krieger in alle Ära-Battle! Aber es wird wieder... Das Feld drückt wieder enger zusammen von der Gesamtpunktzahl her! Was? Ein bisschen! Wollen die mich verarschen? Was ist das jetzt? Hä? Hä? Von uns spät ist das nicht! Man muss halt ein bisschen mit Gefühl... Weibliches Feingefühl, du Arsch! Ah, danke, Jörg! Ey, die Position ist sogar nicht schlecht! Ja! Ich weiß, du magst mich nicht so durch, Jörg! Das ist meine Lieblingsposition! Das ist meine Lieblingsposition! Ja, okay! Das sind wir das! Mua! Danke! Mua! Mua! Ja, aber schon mal leid, Jörg! Wir stellen mir immer noch den Weg! Und wir haben Plätze ins Leben! Rami! Rami! Schönen wird nur rumgeschubst! War zu schnell! Ja, der wird ja dauerhafter auf Steven rufen! Was soll ich machen? Gut! Ha ha ha! Uh, wie hoch! Ja, ich komme mit der Gefährdigkeit! Ja! Ich blockiere euch jetzt den Weg in den Scheißhaufen! Ja! Let's get the shot! Ey, ihr seid ein Dreckssicker! Mich halt raus, ey! Wollen wir mal ins Buchenkoll schon oder nach? Das ist ne sehr geile Konzentration jetzt! Ich glaub, die Karte ist schon nicht aus! Okay, wir werden uns jetzt stundenlang gegenseitig bekriegen oder so! Ja! Ich bleib da drin! Ja, ich hab auch keine andere Wahl außer die beiden vor mir wegzuschießen! Jetzt, okay! Jetzt geht's! Ja! Verdammt! Oh, Björn! Das war fast gut! Du hast mich fast reingekickt! Nein! Verdammt! So wird das nichts! Nein! Ich komm langsam raus! Du müsstest theoretisch reinkommen! Und praktisch tut das auch! Nein! Das war zu kurz! Ich seh mich schon weggerammt werden! Sag ich's nicht! Irgendwie war das klar! Ja! Ja, man soll nutzen, was man hat! Ja, ist klar! So sieht's aus! Ich lege es so weit hinten, dass ich glaube ich gar nicht mehr aufholen kann! Nur Weehawken! Nur Weehawken! Gereit wurden! Von Schlechtlichkeit! Ja! Es gibt die Mühe, Weehawken! Ich bin dabei! Das war nämlich sehr scheiße gerade! Sei das Eichhörnchen für mich! Ich bin definitiv das Eichhörnchen! So! Und weh! Es kommt mir alle zu nahe! Töte den Weehawken los! Ja! Nein! Ah! Das konnte nichts werden! Nein! Schade! Fast! Ach nein! Keanu! Fällt mir doch! Das war's gern! Komm hier! Das schaffst du! Weehawken! Schlag ihn! Ja, das schaff ich noch! Nichts! Noch nicht! Er hätte ja mal nach rechts zauern können! Ey, jetzt kommt! Jetzt machst du aber mal einen Punkt hier! Das Spiel macht den Weehawken nicht! Ich bin nicht wieder hinten wegen diesem einen Schlag hier! Ach du Schande! Was ist das denn für eine kranke Bahn? Oh mein Gott! Das ist krank! Das ist der Nachricht voll! Ich hab das immer noch irgendwie in meinen kopierten Nachrichten deswegen! Warum auch immer? Schon seit über einer Stunde! Pilotwings! Toll! Was mit Pilotwings? Nee! Bin der Einzige, der's jetzt anders probiert als hier! Ja! Scheiße! Das ist was! Das ist die einzige Möglichkeit! Moment! Das könnte sogar noch funktionieren mit dem nächsten Schlag! Wenn ihr jetzt alle absaufen werdet da unten! Wenn ich durchkomme! Okay! Stimmt! Matze! Ja! Okay! Schade! Sag ich doch! Ihr werdet alle absaufen! Der erste, der säuft! Ja langsam nähert sich das Eichhörnchen! Ich geh auch hier so vor! So Matze! Jetzt musst du mir mal helfen! Ja! Scheiße! Das hat ja viel gebracht! Es hätte fast geklappt! Das war Fail! Määh! Ich bett euch alle weg im Toilettenkampf. Gar nicht mal schlecht. Ich bett euch weg im Toilettenkampf. Toilettenkampf! Du, das ist ein Klo-Lied. Unglaublich. Ja! Stopp! Alter! Probierst du auf einmal voll den Anfall. Ey, das hat mir nichts gebracht. Probieren wir es einfach... Uh, Faust. Tja, Arknei. Ich muss auch den Ausfallwinkel und den Ausfallwinkel berechnen. Ja! Ja, mach mal schön viel Spaß beim Mann. Und dann verkriegst du dich aus. Nein! Ja! Gasrechnungen zerstört! Was war das denn jetzt? Keine Ahnung. Boah, meine mathematische Funktion funktioniert noch. Jetzt, weil ich euch alle einen guten Bodenraum mit einem Überskill schaut. Ach ja? Na, Rüdiger, versuchst du. Von Hass aus Tüten gesponsort. Das geht anders! Die Stelle hier wird übel. Hass aus Tüte! Nein! Boah! Das geht anders! Hass aus Tüte! Hass aus Tüten sponsern mich bald, glaube ich, nicht mehr. Ja! Gar nicht mal schlecht! Ja, wenn dein fetter Arsch im Weg ist, was soll ich machen? Du hast genauso fett wie deine Katzen. Hä? Stirb! So! Das hätte ich an deiner Stelle nicht getan. Ja! Das geht irgendwie auch, wenn man... Ja, ich glaube, dass... Ja, ich glaube, dass... Ja, ich glaube, dass... Du hast eigentlich... Du bist eigentlich der perfekten Situation, dich hier zu rächen noch. Rache für Minigolf. Wie sinnlos. Rache für Minigolf, ja. Ah!